Die städtischen Betriebswerke Luckenwalde präsentieren den Rundum-Wärmeservice zum fairen Preis. Das ist Maren. Maren besitzt ein eigenes Haus, das sie sich genau nach ihren Vorstellungen eingerichtet hat. Bis ins letzte Detail. Allerdings gibt es ein wichtiges Thema, bei dem es noch nicht ganz nach Marens Vorstellung läuft. Die Heizung. Mehrfach musste die alte Heizung im renovierten Altbau repariert werden und selbst wenn die Heizung funktioniert, ist der Verbrauch weder zeitgemäß noch finanziell vertretbar. Von der Umweltverträglichkeit ganz zu schweigen. Jetzt hat Maren aber doch die perfekte Lösung gefunden. Den SBL Wärmeservice. Der Wärmeservice der städtischen Betriebswerke Luckenwalde ist der Schlüssel für den Umstieg in eine Zukunft wohliger Wärme, die durch modernste Technik kostengünstig und umweltfreundlich in ihr Haus gelangt. Nach einem Kostenangebot ihres Installateurs sowie einem unverbindlichen Beratungsgespräch ist sich Maren sicher und entscheidet sich für den SBL Wärmeservice. Maren zahlt dabei nur einen monatlichen Festbetrag, der sich am Preis der neuen Gasbrennwerttherme orientiert. Dabei entstehen keinerlei Zusatzkosten durch Wartung, Reparatur oder Schornsteinfeger und ein 24 Stunden Entstördienst ist auch inklusive. Somit ist die neue Heizung nicht nur sparsamer und umweltfreundlicher, sie ist auch risikofrei und Maren gewinnt zusätzlich finanzielle Freiheit. Der Wärmeservice der städtischen Betriebswerke Luckenwalde ist nicht nur für Hausbesitzer interessant, auch Wohnungen und Gewerbebetriebe können vom SBL Wärmeservice profitieren. Einzige Voraussetzung ist die Nutzung der modernen Erdgasbrennwerttechnik ganz im Interesse der Umwelt und ihres Geldbeutels. Und wenn kein Gasanschluss vorhanden ist, prüft die SBL gerne die Anschlussmöglichkeiten für Sie. Maren ist begeistert, so lässt es sich leben. Wohlig, warm, planbar und umweltbewusst. Mit dem rundum komfortablen Wärmeservice der städtischen Betriebswerke Luckenwalde.